Kann ein Mann, der alle hasst, für jemand schwärmen? Noch seltsamer ist allerdings, für wen sie sich erwärmen. Die gute Illyante ist ihnen herzlich zugetan. Asinoe, so alt sie ist, himmelt sie an, sie aber sehen nicht, wer sie wirklich liebt, weil es für sie nur Silly Man gibt. Ich komme gerade aus dem Louvre, dort war ich beim Levé. Vor mir stand Cléant, der war aufdringlicher denn je? Der merkt einfach nicht, wie das den König stört. Das muss ihm doch mal einer sagen, dass sich das nicht gehört. Um Gottes Willen, das dürfen sie nicht machen. Wenn er sich ändert, dann haben wir nichts mehr zum Lachen. Mit Gewalt kann man in kein Herz eindringen, deswegen hätte ich mich auch nie beklagt. Hätten sie mir von Anfang an die Wahrheit gesagt und meinen Antrag abgewiesen, dann wären sie nicht schuld. Längst trüge ich mein Schicksal mit Geduld, doch mir Hoffnung zu machen, mir alles zu versprechen, das nenne ich Verrat. Das ist ein Verbrechen!